In diesem Video geht es um die besten Brotbackautomaten. Das Gütezeichen in dem Brotbackautomattest geht an den Panasonic SDZB 2512. Wissen, was drin ist? Mit dem Brotbackautomaten SDZB 2512 von Panasonic lässt sich täglich frischduftendes Brot zubereiten. Am liebsten morgens, mittags und abends. Gesundes, frisches Brot ist immer ein leckeres Vergnügen. Mit den Panasonic Brotbackautomaten können Sie den Genuss jetzt täglich einfach selber auf den Tisch bringen. Mit dem Brotbackautomaten SDZB 2512 kann neben drei Bräunungsgraden auch zwischen drei Brotgrößen ausgewählt werden. Mit den wählbaren 18 Brotprogrammen inklusive Funktion für Sauerteigbrot, mediterranes Schlemmerbrot und glutenfreies Brot und zusätzlich mit Hefe- und Rosinen-Nussverteiler. Um morgens frisches Brot zu genießen, müssen Sie nicht früh aufstehen. Über die Zeitvorwahl können Sie bis zu 13 Stunden vorher festlegen, wann Ihr Brot fertig sein soll. Mit den Brotbackprogrammen von Panasonic wird jeder Backvorgang der Raumtemperatur angepasst. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist der Mousseau Brotbackautomat. Statt zu viel Zeit aufzuwenden, braucht man für den Spaß an frischem Hausgemachtem Brot nur die Zutate rezeptgemäß vorzubereiten. Und dann ist der Brotbackautomat für weitere Prozesse zuständig. Die Mousseau Brotbackautomat erweist sich als eine gute Wahl für Anfänger mit dem Brotbackautomat. Sehr leise, einfach zu bedienen. 25 Backverfahren dienen zu fast alle Arten von Brot. Mit dem Verzögerungstimer lässt sich frisches und leckeres Brot probieren ohne frühmorgens aufzustehen. Solange die Zutaten 15 Stunden vor dem Schlafengehen in den Brotbackautomat gegeben wurden. Viele billige Brotbackautomaten verwenden feste und durchsichtige Deckel, sodass sich den Zustand des Brotes während des Brotbackvorgangs nicht checken lässt. Das Beobachtungsfenster von Mousseau Brotbackautomat ist jedoch besonders beim Zyklusbacken nützlich, da man die Farbe der Kruste jederzeit checken kann. Der antihaft beschichtete Broteimer ist abnehmbar, und das erleichtert die Reinigung, da sich den Topf nach Gebrauch waschen lässt. Das Sparprodukt in dem Brotbackautomat-Test ist der Rommelsbacher Bar 550. Dieser Brotbackautomat ist perfekt, um selbstgebackenes Brot nach individuellen Rezepten herzustellen. Bestimmen Sie die Zutaten für Ihre Brotrezepturen selbst, ganz natürlich und ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. Auch glutenfreie Rezepte sind möglich. Insgesamt stehen 12 Programme plus ein freies Programm zur Verfügung, wodurch die unterschiedlichsten Brotsorten gebacken werden können. Sie können den Bräunungsgrad selbst bestimmen und entscheiden, ob ein großes oder kleines Brot gebacken werden soll. Auf Knopfdruck lässt sich das Zutatenfach programmieren. Nüsse, Körner und sonstige Beigaben werden automatisch und zur richtigen Zeit zugegeben. Weitere Programme zum Rühren und Kneten von Teig, zum Backen von Kuchen und zur Herstellung von Konfitüre runden die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten ab. Das Gerät lässt sich bis zu 13 Stunden im Voraus programmieren. So haben Sie zur gewünschten Zeit perfekt gebackenes Brot. Die herausnehmbare Backform lässt sich dank der hochwertigen 3 Lagen Antihaftbeschichtung mühelos reinigen. Für alle, die Wert auf eine gesunde und individuelle Ernährung legen und Lebensmittel in Bio-Qualität zu Hause herstellen möchten. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.